Das war die Klasse mit den Tränen, genau. Fuck, I can't hear it, I can't hear it. Was war los? Komm, ich gleich schiebe. Ich sag, man wird so sicher nicht das Fahrrad durch die Stein. Verstehen! 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 Über die Granate einbaut! So haben wir hinterher gefahren, aber das war am geilsten. Verstehen! 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 Es ist nicht so, es ist nicht so. Es ist nicht so, es ist nicht so. Schiebe nach oben, die das Bauten wieder auf den Brenken hat. Davon müssten sie 10 Autos auf das Ding stellen. Die gerade mehr sind. Ja, das ist gut. Jetzt geht's durch, dann gelohnt sich schon. Ja. In ungefähr 3 Sekunden komponensiv einlaufen an die Luft vor wieder erschienen. Ja. 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 Ja.